Darum ist liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ben & Ed Blood Party. Wir sind wieder am Start, machen da weiter, wo wir das mal aufgeholt haben und zwar mit dieser Map. Los geht's. Zusammen mit Maschum, Arnold und dem Adi. Ihr wisst mir gemeint, over 9000. Das ist natürlich jetzt sehr gut aus, direkt lass mal teckeln, ihr Schweine. Wer ist der Junge? Oh, oh shit. Okay, man kann runterfallen und stirbt nicht, auch gut zu wissen. Okay, ich bin nur noch so ein halber... Scheiße! Ich bin halt einfach mal bis zum Ende durchgeflogen mit dem Kopf. Voll nice. Ich lauf gerade bis zum Ende, ich bin einfach runtergefallen und kann laufen. Wirklich? Ja, ja, ich lauf einfach mal gucken. Ähm, ich freu einfach als Kopf mal hier durch, okay? Bin auch unterwegs. Als Kopf oder wie? Ja. Kann ich hoch? Ja, finde ich ganz nice so. Ja, kann man machen. Ah shit, jetzt wurde ich, jetzt wurde ich gekillt. Ah shit. Bringt mir aber nix hier. Nein! Oh, ich bin runtergeflogen. Oh Gott. Okay, ich muss spawnen. Aber wenn ihr runterfallt, definitiv müsst ihr wieder spawnen. Du Penner, Arnold! Du hast mich blockiert! Nein. Ah, du bist ein Dupe, Alter. Nein, ich bin runtergeflogen. Da lang ist besser. Ich bin runtergefallen. Alter, wie kaputt das Spiel ist. Ich mach mir nicht so viel Sorgen wie kaputt das Spiel ist. Aua! Weil ich schon wieder am verlieren bin. Hä? Ah, was? Mich trifft einfach so'n Hammer und... Das Spiel unterstützt kein Enki-Rollover für mich. Wie seid ihr denn durchgekommen, bitte? Man kann hier nicht springen, das ist voll der Scam, Alter. Wo, wo durchgekommen? Bei diesen rotierenden Scheißdingern. Du kannst doch den Kopf auch werfen. Dann rollst du als Kopf einfach unten drunter durch. Ne, das geht nicht. Ich mach das doch gerade. Das geht nicht. Jetzt! Oh, jetzt hab ich die Beine auch rausgeflogen. Ah, nein! Du kannst nicht gleichzeitig... Oh. Junge, das ist richtig scammed. Du kannst nicht gleichzeitig sprinten und springen bei mir. Geht halt einfach nicht. Wow, was war das denn? Nein. Oha. Ich mach mir grad echt Sorgen um meine Gesundheit. Nein! Also du kannst nicht springen und was? Springen und sprinten kann ich nicht gleichzeitig drücken. Okay. Zack. Ja! Alter! Ich komm hier, ich komm hier nicht drüber. Oh, ich hab's gar nicht zu ziehen! Oh, dass man so weit weg fliegt, wenn man erwischt wird. Junge, es ist so nervig, ne? Es ist so nervig, wie ihr einfach alle so easy durchkommt und ich hier die ganze Zeit. Nein, easy ist es auch nicht. Oh, Arnold! Oh, Arnold! Nein, er hat sich gesprungen! Du drückst drauf, er springt nicht! Du, 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 du. Das ist kein, das ist nicht buggy, das sind 3000 Sachen. Weiter! Es ist buggy. Puh! So, hier ist noch nix. Wow, das war knapp! Ja! Oh, das spieltrollt einer richtig! Jakob, ich war doch schon durch! Boom! Guck mal, hier, Adi und Pada, grad die zwei, die grad schon gespielt haben, sind weiter. Ich hab, ich hab dir das Tutorial gespielt. Ja, Alter! Schon mehr als Lutz und ich! Du warst vor mir gerade. Du hast dann leider nur nen Fehler gemacht. Ja, leider. Ich war letzter. Lange Zeit. Komm, Treffi doch mit dem Obst hier! Hä? Was ist da los? Ich drück auf die Tasse, er springt nicht! Mit Leertasse springt man, ne? Ne! Echt? Ich dachte, was geht? Was ist da los? Was ist denn klug scheiße, Mann? Was ist denn klug scheiße, Mann? Wird mein Wei- Oh, jetzt! Ja, jetzt, 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 ganz Obst, ja, jetzt! Go, 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 go! Oh, ich bin dumm! Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Ich wollte erst bremsen, um die Lage zu checken. Was kann man hier machen? Kommt doch ins Stuhl angeflogen. Oh, shit! Oh, shit! Ich wollte Maschungen gerade abnägen. Immer! Scheiße! Lebst du noch? Weiter, Wurf, ey! Was? Ich wollte noch springen. Ich wollte noch springen. Ja. Der hat sich eben auch beworfen mit Sachen. Ja, genau rein schon. Warte, du drückst linke Maustaus zum Werfen. Ja, ja. Ja, ja. Erstmal kam die Gurke angeflogen. Oh! Das erwischt ihn! Fuck! Weißt du, man will es halt einfach so machen, ne? Aber man merkt dann halt... Oha! 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 Das Game ist so geil! Wie viele Leben hast du noch, Lutz? Zwei noch! Zwei noch! Was? Oha! Oha! Achso! Zwei noch, okay! Also pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Da kommt der! Ich bin vorsichtig! Wie ist das jetzt? Ach du Scheiße! Boah, Alter! Nein! Das ist der Bug, den ich hab, dass ich nicht gleichzeitig sprinten und springen kann! Ich weiß nicht warum! Kann ich das nicht wegkommen? Kannst nicht! Ein Leben hast du noch? Ich hab nur ein Leben und das werde ich jetzt wahrscheinlich so dumm verkacken! Das ist alle Zeit der Welt! Das Bein ist schon ab, okay! Das ist alle Zeit der Welt! Ah, ich brauche kein Bein! Erstmal abwerfen! Oha! Boah! Lutz, das schaffst du so! Okay, das kommt an der Plattform jetzt da vorne! Schön! Nein! Das kann auch nur Lutz passieren! Ich muss, ich muss die Option wieder umstellen irgendwie! Also irgendwie hab ich grad was gemacht, das war nicht gut! Drück mal Enter! Sind alle tot? Lutz, musst du Enter drücken, oder? Ja, warte! Base, drin, Stift, so jetzt! Ah, okay! Schlechter Abfall! Da 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 da! Da 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 da! Da 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 da! Die Musik ist doch voll Decri, wenn man nicht gewinnt! Ja! Die geht die Vollab-Bodymusik! So, Remember Hans! Bei mir tanzt er nicht mehr! Das ist voll seltsam! Okay! Weiter geht's! Jo! So, komm! 15 Leben! 7 Minuten Zeit! Ach du Scheiße! Alter, guck mal wie sie schon aussieht! Ah, die Musik ist geil! Ja, die gefällt mir! Erstmal runter boxen! Wie Adi, ne? Du bist so ein Assi! Die Musik ist geil! Äh, meine Maus ist... Meine Maus ist strottet! Ah, jetzt! Hau up! Ach, das ist wieder so eine Dings-Map, oder was? Ne, hier! Hallo, ihr müsst hier ruhig! Hier sind Pfeile! So! Pfff! Da kommt der Meister mit seiner... Ding angerannt, man! Mit seiner Kettensäge! Aaaaaah, die Wannimooo! Piss dich Junge! Komm hoch! Ey, wie kann man damit fliegen? Ooooooh! Einfach nur springen! Einfach nur springen! Einfach nur springen! Dann fliegst du! Was? Einfach nur springen? Mit dem... mit dem Huhn meine ich jetzt! Hat sich mit nem Löffel bewaffnet hier! Und mich auch mal nem Löffel mit! Hada! Komm her! Ich bin hinter dir! Lass mich in Ruhe! Mach keine Faxen! Hada! Wie geht das mit dem Huhn? Ich bin gleich bei dir! Bleib stehen! Einfach nur eh aufsammeln oder so auf jeden Fall! Bleib still! Ich bin sogar hinter dir! Oh shit! Und dann einfach damit springen! Einfach nur springen! Einfach nur springen! Einfach nur springen! Einfach nur springen! Ja! Alter du! Nein! Ich bin auch runtergefeiert! Ich geh weg! Ich bin auch runtergefeiert! Hau ab! Oh mein Gott! Oh what? Du was? Achso! Ich verstehe! Ich verstehe! Oh mein Gott! Oha! Ist das heftig hier! Okay! Checkpoint! Hallo Adi! Hi! Ja! Komm! Wie lange braucht es zum Anlauf nehmen? Ja! So geht das nicht! Er rollt dir einfach aufs Kopf durch! Nein! Oh! Ja! Ja! Yes! Will! Wirklich? Was? Jetzt schon? Ja! 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 Ich hab's geschafft! Uh! Ich hasse euch! Ah! Jetzt wieder bewerfen! Ja! Achso, hast du da hingeflogen? Schade! Ich schon! Ich schon! Ah! Schade! Du musst dich auch so hinstellen! Du musst jetzt weiter nach vorne kommen! Wart! 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 Jetzt nach vorne! Ja! Ja! Woll ich mich verarschen? What the fuck? What?! Was ist denn das für ein krasser Cheat ey? weil er keine halbe Level übersprungen siehst du jeder Lutz kackt's mal nicht so ein ey kackt's mal nicht so ein ey kennst du eigentlich schon die neue Seite nehmen MMOGA MMOGA H oha oh da war scheiße wir machen jetzt mal ein Deathmatch was heißt oha ich verarsch' ich verarsch' dich die gibt's wirklich fünf Leben fünf Leben sie hat tolle MMOGA H die gibt's wirklich äh Junge ich glaub das ist doch ein Versuch von dem aus dem Polen geklagt zu werden AAAAAAAA 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 NIEIN NIEIN Bester Moment in der Aufnahme, Pala verkackt richtig Ist das Deathmatch? Ja, ja Der Pala hat auf jeden Fall schon mal ein Leben weniger Ich auch Große Fresse sofort runter gefallen NIEIN Spass Digger Hau ab Junge Oh je Oh je NEIN Ich darfst du wieder runter machen Bye bye Das gibst doch nicht ey AAAAAAAA AAAAAAAA Oh shit Hau ab Diese komische Pipi-Klau Musik hier ne Hahahaha Lust hab ich dich weggehauen Du hast mich richtig Hast du meinen Löffel geschluckt, Junge Hau ab Ich bin nicht hier, müssen hinwärts Ja Na Weiter Richtig noch Das gibts doch gar nicht Ja ich bin gestorben Alles klar Runterspringen Von der Platte hoch Hast du jetzt so ne Giftspritze nutzt? Ab Ne Das ist mein Schwengel Das glaub ich dir nicht Alter Aber guckt echt vorne raus Ja Ich hab mich fast versägt Komm zurück Komm zurück Aber die Map gefällt mir besser als diese Küchenmap Nein Alter du fliegst hier laufend runter Ich bin gleich down Hör weg Ja ich kann es Junge ich bin in Gruppe Lass mich Scheiße Ja ich hatte noch genug ein Bein Hat uns noch hier ein Bein Komplett das gesamte zersägt hier Probieren wir mal zu cheat come Guck ma Boaaa Jo was geht her Ja genau Du machst nach dir undachu ist es nicht oder was Jo was Torsche Ey die Musik geht so creepy ab hier Adi Kompier Ja shot Wiederhoh Wider Safari Du bist ja Ich bin eine Raupe. Wurde ich den Hammer erwischt. Fahr das richtig weg auf. Ich bin down, ich bin down. Jawoll, kein Problem. Ich bin eine Raupe. Wer lebt denn noch überhaupt? Ach, Lutz und ich, oder was? Ja. Ich bin eine Raupe. Ulan Taspa hier. Ja, du ich schwenke. Er ist nur noch ein Kopf. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Und Adi schafft es wieder. So ein Cheater, gell? Ados hat noch alle 5 Leben. Wollte ich nur mal anmerken, ne? Heavy. Ah, Lutz. Hat er lebt er sogar noch? Ja. Ados hat noch alle 5 Leben, Leute. Nein! Scheiße. Ich sag doch du mir das eher. Ich bin ein Raupe, ich bin tot. Die Musik, ey. Die Musik ist kaputt, Alter. Du bist immer noch nicht down. Au. Loll. Was ist denn für Waffen, alles? Säge. Arnold. Ah, Lutz. Ja komm, ich muss hier. Ich muss hier's machen, ey. Es geht nicht. Ich muss jetzt was riskieren hier. Nein. Okay. Ich mach nur noch einen Leben. Der Pfarrer, hör auf den Hund zu werfen. Der entwickt dich. Der entwickt dich. Ey, ich hab ja gesagt. Wie einfach ne Gorka angeflogen kommt. Adi, wo bist du? Bin hier oben. Gratst hier oben durch. Ich bin grad gespawnt. Ah, ja, ist klar. Warte bevor ich runterkommen, kann ich einfach nur noch einen Leben. Wie sieht's bei euch aus? Äh, auch eins. Und Lutz? Waschum hat noch 4, aber kein Bullshit Was denn? Ihr müsst doch nur Tap gucken, da seht das doch Guckt Tap, da seht das Oh, ich Idiot, hab mich grad selbst getötet Waschum, du hast gewollt, du brauchst nur noch das Ziel laufen Oh, ich hab mich selbst getötet Ich hab außerhalb sie nach Spawn gedrückt Scheiße Das war nicht meine beste Runde Ne, die war scheiße von dir auf jeden Fall Als Maul Die war richtig grottig, Alter Dann machen wir noch eine Map, oder? Eine geht noch gar nicht Ja, nochmal mit Rennen wäre das Äh, als nächstes kommt dran ne Clown Spike Bolts Das hört sich richtig scheiße an Lass irgendwie was zum Drennen machen, das ist doch Oh shit Fuck Nice, partner Sorry Einmal mit Profis, boah, partner Warte ich mal ne neue Map Neue Server ist offen Warte Äh, Refresh kurz Äh, Refresh kurz Ah, gelogen ist aber was noch gar nicht offen Stimmt's Stimmt's Jetzt drei Alles klar Gleiches pass, 4-3-4-3-4-3 Ach, 3-4-3, ich hab 4-3-4-3 4-3-4-3, ne, ist richtig War doch richtig, okay Ah, er wollte jetzt gar nicht auch wieder tanzen, Mann Ja, wunderbar Ja Gleich nutzt das, sieht voll komisch aus Ich bin so creepy geil, Mann Komm Ist das jetzt versus, oder? Ah, okay, okay 20 Leben, 10 Minuten, okay Ja, was ist das, kannst du mal laufen, oder wie? Äh, scheinst du, ja, ja Okay, das ist am geilsten, ey Erstmal, erstmal, Alter Die Musik, ey Wirk nicht wei Wirk nicht wei Ja Ja Okay, wann schiebt der nicht? Fällt nur runter Also, bei der Höhe zumindest Oh Nein Ey, Lutz, lass mal Maschum Ja, gelob, lass mal, oder? Fick das selber zu Du, Spaß, dicker Das gesteet hier ganz recht Maschum, lass mal und haut's selber zu Der Sack Wann gehts hier weiter, Alter? Alter, wie lange es hier kein Checkpoint gibt, ne? Mein Arm ist weg! Ich kann nicht springen! Ich kann nicht springen! Oh mein Gott! Jetzt! Okay! Was? Ich komme noch nicht rüber! Ich bin... Ich Idiot! ...begrüppelig! Hä? Und jetzt? Achso! Gibt's doch nicht! Ach ficken! Oh nein! Nein! Alter, kommt doch nicht rüber ohne Beine! Das gibt's doch gar nicht, ey! Alter! Komm schon, da oben ist Checkpoint! Ja, Gott sei Dank, ey! Wow! Wohin? Hau ab! Geh weg! Lutz! Finger weg! What? Wie mies ist das denn? Hau ab, Mann! Wo ist das denn da oben? Alter! Bei der ersten... Ja komm, ey! Nein! Nein! Das ist heftig! Okay, Checkpoint, nice! Weiter geht's! Hau ab! Nein! Man sollte aufhören zu rennen, ey! Nein! Wo kommt der Vettler? Das ist mein Problem! Ooooooooh! Was? Mann, ey! Das ist einen immer wieder erwischt, ey! Dieses Rotz-Game, alter! Oh mein Gott! So! Ist hier eins? Nein! Geh weg! Nein! Checkpoint! Okay! Das war so knapp gerade! Nein! Das war nicht mehr gemacht! Ich brauch meine Beine an! Komm ich nicht mehr hier! Okay! Vorwärts! Oh fuck! Lauf, 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 lauf! Ihr seid schon so weit, Mann! Ich hasse euch, Alter! Ohne Scheiß! Und! Yes! Nice! Das ist eigentlich mal ein Spiel, wo Paar noch mal gewinnt! Zweiter! Ja, das geschieht dir gerade recht, ey! Das geschieht dir gerade recht! Mann, alter Maul! Die Map war aber, die Map war aber echt schwierig! War heftig, ja! Das geschieht dir recht, Lutz! Ah, da oben ist der! Oh, oh! Jetzt ist es schon! Aua! Aua! Ich würd sagen, nach diesen zwei Folgen spielen wir das Game gerne im Livestream weiter, oder? Oh ja, das wär übergeil! Voran oder den Ziel, voran oder den Ziel, voran oder den Ziel! Easy! Das ist Checkpoint! Das ist der Checkpoint! Scheiße! Ihr müsst da weiter! Ihr müsst da weiter! Wann habt ihr denn wieder vor, so zu streamen? Von mir ist, können wir nächstes Wochenende machen! Okay! Wollen wir schauen! Scheiße! Oh, Schuh, komm! Oh, Schuh, komm! Gut, kannst du schaffen! Gut, kannst du schaffen! Oh, nice! Oh, da muss ich noch ein bisschen üben! Da muss ich noch ein bisschen üben! Alter! Wo lebst du noch? Wir werfen ihn! Problem ist, man sieht aber nicht direkt, wo man hin muss, hier auf der Map! Ah! Nice! Da guckt mir noch ein paar Gurken an! So, Leute! Wie gesagt! Zweite Folge! Ich würde sagen! Das Game zockt definitiv im Livestream weiter! Ja! Ja! Auch gutes Game! Danke, dass ihr dabei wart! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank! Tschüss! Ciao!